Die drei Novizinnen wollen Nonnen werden und ihre ewige Profess ablegen. Und alle freuen sich, die Äbtissin und die anderen Nonnen endlich Nachwuchs. Und es wird ein großer Gottesdienst vorbereitet, in dem das gefeiert werden soll. Bevor dann dieser Gottesdienst losgeht, tauchen auf einmal einige Rabbiner auf. Die Äbtissin geht erstaunt zu denen hin und sagt, ja hier unsere Novizinnen sollen jetzt mit ihren Profess ablegen, mit Christus vermehlt werden. Warum sind sie hier? Ja wir kommen von der Familie des Bräutigams.